Servus und hallo liebe Feigenfreundinnen und Feigenfreunde. Die besten Nachrichten des Tages, zumindest sind die Frosttage bei uns gezählt. Ihr seht, die sind hier richtig schön am Austreiben. Die standen ja jetzt die letzten Tage hier im Winterquartier und dementsprechend haben sie einen gewissen Frostschutz gehabt. Die standen ja auch schon die Tage draußen. Und hier sehen wir die Feige Yellow Bratislava, die ist richtig schön am Austreiben. Da habe ich schon einzelne Nachzuchten. Die Triebe, die hier unten sind, werden auf jeden Fall auch noch zu neuen Bäumchen herangezogen, weil die Triebe hier unten muss nicht unbedingt sein. Die Mutterpflanzen können ruhig als Baum gezogen werden oder als Strauch mit einem kleinen kurzen Stamm. Aber die Triebe von unten sind immer ganz gut geeignet für neue Pflänzchen. Dann haben wir hier eine Pflanze, die habe ich schon sehr, sehr lange. Das ist die Signora. Macht auch schon schön neue Früchte. Sieht man hier überall schön am Wachsen, auch schön am Austreiben an der Triebspitze. Ist einer der größten Feigenbäume mit dem kräftigsten Wuchs. Letztes Jahr habe ich schon die ersten Früchte geerntet. Also eine super Sache. Jetzt kommen wir zu einer Sorte, die richtig cool ist. Das ist eigentlich die Black Ischia. Oder was heißt eigentlich? Es ist die Sorte Black Ischia, die sehr, sehr früh mit Früchten ansetzt. Richtig tolle Sorte. Und davon habe ich mehrere große Pflanzen und auch schon ein paar Nachzuchten. Black Ischia ist etwas, was empfehlenswert ist. Einmal Früchte super lecker und sehr, sehr früh. Genauso früh wie die frühe Dalmatie. Deswegen heißt sie auch so, die frühe Dalmatina. Und da sieht man auch schon, es sind schön Früchte dran. Natürlich muss man die Pflanzen, wenn Früchte dran sind, auch vor dem Frost schützen. Gerade auch, wenn sie hier im Kübel stehen. Und hier stehen die anderen Pflanzen im Kübel. Da muss ich jetzt heute noch aktiv sein und rausräumen. Da bin ich noch nicht so weit, dass alles draußen ist. Aber auch, was die Verkaufspflanzen betrifft, die sind jetzt auch wieder hier alle draußen unter dem Zelt. Im Überwinterungsquartier kann es auch Minusgrade geben, wenn es mal längere Zeit richtig kalt ist. Aber in aller Regel bleibt es so bei plus zwei, plus fünf Grad. Von daher sind die jetzt weder verweichlicht noch irgendwie zu schnell herangewachsen. Aber ihr seht, die sind schön ausgetrieben, frisch ausgetrieben. Die sind jetzt natürlich noch nicht so weit, wie sie dann im Mai, Juni sind. Aber wie ich schon mal in einem Video gezeigt habe, die Black Donoff ist auch eine sehr frühe Sorte. Das heißt, wer jetzt eine Black Donoff will, die so ähnliche Eigenschaften hat wie die Michurinska, soll ja genetisch mit ihr verwandt sein, hätte jetzt die Gelegenheit, solche Pflanzen mit Fruchtansätzen zu bekommen. Viele habe ich nicht mehr, da sind nur noch so ein paar. Also da hinten stehen noch ein paar. Ne, halt, das ist die Brogiotto Nero. Black Donoff steht alles hier. Also seht ihr, schöne kleine kräftige Pflänzchen, die teilweise Früchte haben, aber teilweise auch nicht. Also hier machen sie schon Ansätze. Und alle anderen Pflanzen kommen jetzt hier nach und nach raus. Stehen hier regengeschützt unter dem Pflanzenzelt. Und ja, das ist so das kleine Update zu den Feigen, wie es ihnen hier geht. Und hier ist nochmal eine Black Donoff mit einer Frucht. Also ihr seht, es gibt doch noch ein paar Pflanzen. Also die hier machen auch gerade Ansätze. Und jetzt wisst ihr, wie es dem Pflänzchen geht. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, schaut mal im Shop vorbei. Bis dahin und tschüss.